Wie kommt die Jugend von heute darauf, vom stillen Örtchen aus eine komplette Radiosendung auf die Beine stellen zu wollen? Welch Anmaßung! Früher musste man sich jahrelang abrackern. Wie viele Sandwiches habe ich geschmiert? Wie oft den Sendemast poliert ich überhaupt auch nur ein Mikrofon berühren durfte? Diese lächerlichen kleinen Autodidakten glauben wohl, es brauchen nicht mehr als Talent, Charme und technologisches Know-how. Hausmeister bei den WCs benötigt. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Ja, und damit Hallo zu 2Point Campus. Die quatschen immer sehr, sehr gerne hier am Anfang. Für mich. Also da habe ich gedacht, ich spiele schon mal. Ihr habt ja vielleicht gelesen gerade, dass die Zimmerkapazität für den Aufenthaltsraum erreicht war. Also ja, brauchen wir mal einen großen neuen Schnell mal hier hin. Wir haben ja Zeit. Ne, eigentlich nicht so, ne? Ich kann das hier noch ein Stück nach vorne holen. Genau. Ja, das hier ist jetzt, ich glaube Folge 11, ne? Da müsste es irgendwie sein. Und wir haben da eine schöne Liste, die wir abarbeiten müssen. Noch ein Wissenschaftslabor, noch ein Dozent und noch ein Vorlesungssaal. Die Palette ist jetzt echt komisch. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar! Hinweis, wir bieten keine Zimmer mit eigenem Bad. Ja. So, das heißt, wir könnten noch einen Tisch hier reinstellen natürlich. Äh, einen Dart haben wir schon. Da hängt was in der Luft. Oh, so ein Automaten vielleicht. Jawohl. Ja, oder 2. Okay, das hier können wir ein Stück rüberschieben. Wir haben noch nicht geguckt, wie die hier dran trinken, ne? Irgendwie. Achso, das ist ein Fass. Ja, wir haben es aber noch nicht gesehen. Wäre eigentlich cool, wenn wir das irgendwie noch mitkriegen würden. Oh, ist das noch so ein Spiel, ey? Manu. Aber ich lass mal lieber. Was ist das? Partystation. Überschreitet die empfohlen Lautstärke. 25 Q-Durch, Leute. Ich kann nicht widerstehen. Guckt euch das an. Das erinnert mich an was. Häufige Fragen. Ihr findet die Toilette schon alleine. Ganz sicher. Ja, ich hatte sowas. Also, da hat jemand auch mal was aufgebaut. Auf einer Party. Bei mir damals. Achja. So sieht das aus. Oh, und hier haben wir noch sowas. Ghetto-Blastertisch. Jawohl, ja. Oh. Süßes und schauriges. Ach man, wir haben keinen Kotosch mehr. Ja. Besser nicht hinsehen. So, aber wenn hier die tanzenden Leute vielleicht sind, machen wir das mal so. Mein reizender, wenn auch etwas begriffsstutziger Neffe Kevin entführte mich neulich in die Welt der Videospiele. Ja. Für Biggleworths Bewertungen habe ich den neuesten Teil der Haxenhexer-Serie gespielt und fühlte mich dabei bald von allen guten Geistern verlassen. Der Controller war klebrig. Die Spielinhalte geradezu obszön. Für die ordinäre Jugend von heute mag das ansprechend sein. Aber ich ziehe meine Unterhaltung weniger fett aufgetragen vor. Das gibt nur einen von fünf magischen Edelsteinen. Er benutzt Untersetzer. Angebeten zu bitten, statt zu fordern. Erinnerung. Nachhilfe kriegt ihr im Dozentenbüro. Nicht bei mir. Ach ne, das waren ja die Mumien. Stimmt ja. Die Dozenten für die Küche. Das sind dann die... Die Wehrwölfe. Habt ihr Freundschaft geschlossen? Ach ja, wie der Dozent benötigt. Aber ich weiß nicht, wirscha. Was steht denn hier an? Ja, weiß ich nicht. Ach so. Sommerpause. Wird nicht mal benötigt und wird trotzdem angezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jetzt veräppelt fühlen soll. Hm. Na gut. So, wir haben hier noch... Zeug. Passt dort ein Wissenschaftslabor hin. Was haben wir denn hier hinten gebaut? Noch gar nichts. Warte, wo ist er? Oh Leute, ich bin blind. Das war einfach direkt nebendran. Oder so? Ne. Ne, wir machen das mal so. So. Okay, ich hoffe, da wird nichts weiter noch gebraucht. Vorlesungssaal. Hätte ich gern wieder so einen großen. Genau. Und den können wir sogar noch eins verkleinern, wenn wir wollen. Genau. Ich glaube, den könnten wir vielleicht auch bald mal speichern. So. Ne, ich wollte den aufheben. So, wie geht das hier? Zimmervorlage speichern, aktualisieren. Vorlesungssaal. Wir können einfach eins schreiben. Na guck mal, 0 von 10. Erstellen. Jetzt können wir starten. Aber wir gucken mal noch ganz kurz hier rein. Ich mache hier mal auf Stufe 6. Und dann kommen mehr Bewerber und alles. Und rein da. Herzhafte Küche. Ja. Alles klar. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Wir starten das Folgejahr, weil die süße Küche können wir uns jetzt nicht leisten. Das Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. 74 Tage, dann müssen wir es haben. Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Ja. Dann plant ihr mal bitte euer Leben. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Hausmeister für die Reparatur des Superchefs benötigt. Danke. Okay, jetzt verstehe ich, wie es passieren kann, dass vielleicht Leute Abgegänger sind, statt einen Abschluss zu kriegen. Ja. Ach, die Bewerber finde ich einfach gut. Einfach gut, einfach gut. Ja, weiß ich nicht. Kriegen wir vielleicht nicht hin hier, ne? Und hier sieht man eine Lücke. Ach ja, vielleicht zum Vergrößern, ne? So, drei Bewerber für Nachwissenschaft. Nachwissenschaft, Hygiene, Einnahmen. Es reicht noch nicht. Saubere Teller abgeschlossen. Sehr gut. Ja, jeder Tag zählt. Nun zu den Nachrichten und der Kontroverse um Bildungsminister Tarquin Foxbridge, der offizielle Regierungsdokumente als Taschentuch missbraucht haben soll. Für mich steht zweifelsfrei fest, dass eine Gruppe Studenten die Bilder manipuliert oder gefälscht hat. Dennoch hagelt von allen Seiten Kritik auf den armen Minister. Und warum? Weil er irgendwas auf einem Foto macht? Für mich ist das ein glasklarer Fall von Hexenjagd. Anfragen an die Verwaltung. Dafür haben wir eine ganz besondere Schublade. Auf dem Campus beginnt eine Vorlesung. Irgendwie witzig. Oh, die machen ja so leckeren Riesenkuchen. Studienjahr 3. Vielleicht wird es auch ein neuer Kuchen, den wir nicht kennen. Mal gucken. Noch 26 Tage. Ach nee, den kennen wir schon. Lecker Torte. Ich hab mein Teil mal nicht an. Aber jetzt. Kommt hierher. Seid ihr schnell wie der Wind. Na guck mal. Der Student freut sich. Vielleicht ist er ja schon Mitglied. Ja, wer weiß, ne? Oh, noch 11 Tage. Oh, wir haben das Geld dafür. Super. Das war knapp. Ja, was kommt dorthin? Noch 1000. Das war mehr als nur knapp. Ja, wir hätten es auch günstiger kriegen können. Ich hab sie eben schon gesehen. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Aber, ja. Wir kopieren das halt einfach. Die brauchen ja auch die Sachen dann im nächsten Jahr. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Du weißt, wer du bist. Vielen Dank. Was wär ich? Nö. Was? Ja, die macht auch hier einen Vogel zeigen. Ja, ich weiß. Das war eine andere Geste. Aber ich hab sie jetzt mal dafür genommen. Unsere Beziehung gleicht für gewöhnlich einer Einbahnstraße. Und so sollte es auch sein. Denn was verstehen Sie schon vom Radio? Dennoch ist heute einer dieser seltenen Momente, in denen wir Sie, den Zuhörer, in den Mittelpunkt stellen. Ich bin Ihr Kummerkasten. Das Balsam für Ihren Juckreiz. Die Antwort auf all Ihre Fragen. Ich höre zu. Und schon ist die Zeit vorbei. Aber nach einer kurzen Unterbrechung kommen wir definitiv zu Ihren Problemen. Okay? Okay. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Wie die ja einfach Schlange stehen. Das Studierendenzentrum ist nicht deine persönliche Spielwiese. Es ist unser aller Spielwiese. So, wie machen wir das? Ich glaub, wir machen das hier rüber. Und die Bühne vielleicht dorthin. Wir gucken mal, wie groß die ist. Ja, die muss dorthin, genau. Okay, dann machen wir das da hin. Ja, ich bin froh, dass ich grad dran gedacht hab. Nein. Ich wollte das haben. Obwohl, jetzt können wir vor die Bühne stellen. Ja, gleich geht's weiter. Du kannst gleich wieder da rein arbeiten. Äh, so. Nein. So. Oh, wir müssen das hier vorne hinstellen. Okay, da haben wir aber noch welche. Vielleicht tanzen die ja dann dort. So, einen Mülleimer könnten wir eigentlich auch hinstellen. Ja, vielleicht einfach dort. Ach, die Dinger könnten wir auch da reinstellen. Ja. Nee. Wir holen mal noch ein Pflänzchen. Anfragen an die Verwaltung. Dafür haben wir eine ganz besondere Schublade. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten. Überschattet von Schulden. Ja, überschattet von Schulden. So. Ein paar Sessel. Ich dachte, das ist schön bequem. Oh, romantisch. Mensch. Schnellweg. Kein Kudos. Was ist denn für 300? Bestimmt irgendwelche. Äh? Also das ist ja jetzt, äh, ne? Wieso ist das denn jetzt hier, Foti? Ah, okay. Einfach wieder hinsetzen. Sehr gut. Na? Gefällt euch das? Dann machen wir mal das Event hier rein. 25.000 haben wir. Rippet Korts. Hier braucht man keine Bühne. Da braucht man eine Bühne. Und hier. DJ Su Chef bringt das Essen in ihre Musik. Und ihre Musik ins Essen. Besuche ihren Underground Club Rockin' Knollen, der gleichzeitig auch Restaurant ist. Für ein einzigartiges Erlebnis mit Magenverstimmungsgarantie. Alles klar. Das planen wir natürlich. Das machen wir. Wir machen das dort. Ich gucke mal in den Kalender, ob wir irgendwas überschnitten haben. Irgendwas Wichtiges. Natürlich. Kann ich's verschieben? Nee. Bearbeiten. So. Na toll. Es ist überall was. Aber hier ist nichts, sehe ich gerade. Mach's doch mal hier rüber. Aber ich glaube, das war April, ne? Ja. Das war April. Okay. Ja. Sehr gut. Es ist wieder soweit. Sir Nigel Bickleworth wird zum Kummerkasten für Ihre Probleme. Heute schreibt uns Felony Bockdropper, ich habe massenhaft Arbeit vor mir, kann mich bei dem Lärmen meiner Wohnung aber nicht konzentrieren. Nun, Felony, ich würde ja einen Tapetenwechsel empfehlen. Arbeiten Sie doch in der Bibliothek. Oder im Billardraum wälzen Sie Bücher in der umgebauten Mühle oder lesen Sie im großen Salon. Zu Hause sind Sie König, also nutzen Sie alle Ecken und Winkel. Genauso bin auch ich durch schwere Zeiten gekommen. Hausmeister in der herzhaften Küche benötigt. Bitte seid beim Stillsein so leise wie möglich. Bitte seid beim Stillsein so leise wie möglich. Okay. Ach ja. Ein echt schönes Spiel, Leute. Ich glaube, ich habe es schon hunderttausend Mal gesagt. Es ist ein schönes Spiel. Ich finde es toll. Oh, wir brauchen, glaube ich, noch mehr Toiletten, ne? Wir haben hier. Und dort. Und hier keine. Okay. Da fehlt auch wieder jemand. Vielleicht bräuchte man noch ein bisschen mehr Pausenraum. Für das Personal, ne? Könnte man ja mal angehen. Und dahin. Hausmeister zum Müllsammeln gebraucht. Okay. Hinweis. Der Campus ist nicht dafür verantwortlich, was im Wissenschaftslabor passiert. Wollen wir noch einen Hausmeister oder zwei? Ja, oder lieber nur einen. Ich gucke gerade aufs Geld. Lieber nicht. So, Belohnung. Entferne dreimal Müll. Das habe ich jetzt im Augenwinkel noch gelesen. Aber ich war ein bisschen schnell mitdrücken. Ach ja, cool. Warte mal. Du hast ja gar kein Kostüm an. Warum hast denn du kein Kostüm an? Gefällt Ihnen, was Sie hören? Natürlich tut es das. Also rufen Sie uns doch an und sagen Sie es den Produzenten. Jüngsten Studien zufolge haben wir nämlich 97% Zufallshörer. Oder auch Kollateralhörer, wie ich sie nenne. Dennoch glaube ich fest daran, dass jeder Radiobeitrag irgendwo von irgendjemandem gefunden wird, der in einem Stall voller Säue nach Perlen suchte und fündig wurde. Also, herzlichen Glückwunsch dem Absichtshörer des Tages. Dem Absichtshörer. Erinnerung an alle. Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Hinweis. WG steht für Wohngemeinschaft. Nicht für wilde Gaudi. Es sind nur 10 Kodos. Na, wie schön. Ein schönes Bild. So. Wir könnten als nächstes vielleicht noch so eins kaufen. Ach, guckt mal Leute, das geht hier ringsherum. Oh je, da kann man sich ja richtig breit machen. 40.000. Ja, wir haben gerade mal 41. Erfülle 20 persönliche Ziele der Kategorie Chefkoch. Persönliche Ziele. Wir könnten wirklich mal den Automaten freischalten. Hi, äh, hallo. Ich bin Felicity Bellbottoms und ihr hört Radio Campus. Oder vielleicht auch nicht. Leider ist unser Signal gerade stark beeinträchtigt, da einige unserer Geräte fälschlicherweise recycelt wurden. Einer unserer Reporter gräbt gerade im Müllcontainer danach. Stellt euch das lieber nicht zu bildlich vor. Und bleibt dran. Studierende werden gebeten, die Frösche nicht zu küssen. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Schaut man da mehr Party, aber man hört keine Musik. Ah, jetzt höre ich ganz leise. Wie der tanzt. Das ist ja cool. Marni, Mäuler. Ach, cool. Jetzt habt ihr endlich, endlich, endlich mal eure Party hier gehabt. Die Cheers Zoo Party. Ja, wir brauchen nur noch mehr Studierende. Das kriegen wir bestimmt auch hin, wenn wir dann hier noch aufstocken. Können wir jetzt aufstocken? Ja, können wir. Hier vielleicht. Oh, das wird aber schwer, oder? Wir sind wieder da und unser Rundfunksignal auch. Großen Dank an Hugh, der für uns in den Müllcontainer gesprungen ist. Angeblich hat er das gern gemacht, da ihm zufolge die Sicht aus dem Inneren des Müllcontainers eine ganz neue Perspektive auf den Campus schafft. Wenn das mal nicht eine Idee für einen Beitrag ist. Ich glaub, ich nehm hier drüben das. Auf dem Campus beginnt eine Vorlesung. Irgendwie witzig. Wir kaufen alles hier. Was ist die Party? Oh, cool. Oh, cool. Ich würde die Updancen hier. Na, herrlich. Der Campus wird erweitert. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Subidubi. So, was haben wir hier? Zeug. Clown-Truhe. Nein. Abnehmender Mond. 25. Nahrungsabfälle. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Erinnerung an alle Studierenden. Manche von euch sind besser als andere. Hinweis. WG steht für Wohngemeinschaft. Nicht für wilde Gaudi. Nicht für wilde Gaudi. Oh, da fehlt wieder jemand. Achso. Wir holen mal noch mehr Bitten. Könnte hier gehen, ne? Genau. Machen wir hier rein. Oder auch nicht. Komm, stell mal dorthin. Wir sind ja eh nicht mehr so ewig lange hier. Da kann man ruhig ein bisschen schludern. Was da kommt weg? Das kommt dort. Da rennt er aber rein hier. Ja, was ist da? Nein, bleib hier. Du willst doch studieren. Ach ja. Speedwalk 1. Aber der ist doch echt schnell, oder? Ja. So, jetzt gibt's noch einen. Eine Komödie. Ist bestimmt hier, oder? Ach, nee. Nee, dort ist ein anderer. Schalten wir jetzt zu Yu, der nach seinem Abenteuer im Müllcontainer nun eine Story über ein ungewöhnlich bewölktes Wochenende an einem der heißesten Orte des Counties für uns hat. Die Studis von Breaking Point hatten sich auf ein Wochenende voller Sonne, Spaß und Heiterkeit gefreut. Doch dunkle Regenwolken schwemmten ihren Optimismus fort. Was bleibt, sind existenzielle Fragen wie Was mache ich jetzt nur mit der Sonnencreme? In dieser feuchtgrauen Tristesse bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit ihren sandlosen Sandalen und ihrer unverbrannten Haut zu Hause herumzusitzen. Wir sind in Gedanken bei euch, Leute. Fliss, zurück zu dir. Erinnerung an alle. Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Chefköche träumen nachts vom perfekten weichen Ei oder von Quellenes und verbringen ihre Tage damit für ihr Studium, für sich selbst und für andere zu kochen. Ich wollte mich jetzt mal nicht unterbrechen lassen, ausnahmsweise. Das sieht doch alles sehr gut aus. wieder Club Royale, Campus des Jahres und Studierendenprice. Ja, das muss man so sagen, manchmal. Genießt den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. Studierende mit langer Anreise sollten langsam aus dem Knick kommen. Es sollten aus dem Knick kommen. Lehrkräfte werden daran erinnert, dass Nachhilfe einen Zusatz zum Lehrangebot darstellt. Ja, das könnte man denken, wie oft die hier immer nach Nachhilfelehrer fragen. Naja, die wissen schon wie. Ich verabschiede mich jetzt aber mal und werde die restlichen fehlenden Studierenden noch frei spielen, dass wir drei Sterne kriegen. und beim nächsten Mal können wir dann den neuen Campus halt uns anschauen. Und ja, euch wünsche ich mir noch viel Spaß beim anderen Video und bis zum nächsten Mal. Tschaui! Bis zum nächsten Mal. Tschaui! Tschaui! Tschaui!